Ja, da rennt er einfach mit dem Lenkradstab von. Und der Papst signet die Stärke. Ein spektakulärer Sieg. Und hier reißt es ihm den Spoiler ab. Der Schuhmacher ist Weltmeister. Wahnsinn. So, einmal Pommes. Ja, danke. Hier, Joa. Och, endlich mal richtig leckere Fritten. Da hatte ich ja früher gar keine Zeit für, ne? Früher musste ich hier ja immer gewinnen. Oh, Pommes. Hey, nee, nicht. Dann nehme ich direkt noch eine. Finger weg jetzt hier. Joa, Jolie, was? Sag mal, dein Sieg damals bei diesem legendären Regenrennen. Ach so, wie war das eigentlich? Oh, das, äh... Hey, was ist denn... Also, jetzt. Hey, una fern. Nein, nicht doch. Guck mal hier. Das sind doch hier in Spa meine ersten Fritten. Oh, Mensch. Oh, one moment. The Fritten, ähm... Ich hab wohl den falschen Oil genommen. Was? Oh, Entschuldigung. Du kriegst natürlich eine neue. Hä? Oh, ja. Hm. Mögt ihr auch noch? Oh, Gott. Och, ich muss unbedingt noch die Corinna anrufen. Och, ist das lecker. Och, die kann auch mal warten. Äh, Bernie, ähm... Hast du vielleicht noch eine Portion für mich? Oh, 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 oh Vielen Dank.